Hey Freunde, viel Spaß mit der neuen Minecraft-Folge und jetzt kann es auch schon losgehen. Aloha Mamoha, Hallöchen Popöchen Freunde. Es ist spät in der Nacht, schaut mal her. Ai, 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 die Sterne leuchten, der Mond funkelt im Himmel. Ne, der Mond leuchtet und die Sterne funkeln. Aber ich bin hierher gerufen worden von einer bestimmten Person. Kennt ihr noch Sonic? Jetzt gerade läuft im Kino der brandneue Sonic 2 und genau deswegen hat mich Sonic hierher gerufen. Ich suche ihn jetzt, aber ich finde ihn nirgends. Was soll denn das? Sonic? Hallo? Wie geht's? Oh, was machst du denn hier, alter Jenkins? Hast du Sonic gesehen? Hehe, hallo, wen? Na, Sonic, den blauen süßen Igel, der super schnell ist. Njuuu, der natürlich. Und außerdem, was ist das hier, hä? Was machst du hier schon wieder? He, 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 wenn du wissen willst, was das ist, dann schau am Ende des Videos nochmal vorbei. Dann zeige ich dir, was da drinnen ist. Am Ende des Videos soll ich hier reingucken? Okay, kann ich machen. Aber erstmal muss ich wissen, wo Sonic ist. Ja, der ist da drüben. Da irgendwo, also? Ja, aber vergiss nicht, am Ende des Videos nochmal herzukommen. Dann zeige ich dir, was hier drinnen ist. Ein riesen Geheimnis. Alles klar, alter Jenkins. Okay, Sonic soll also hier irgendwo sein. Leute, schaut das Video bis zum Schluss, um herauszufinden, was der alte Jenkins uns hier zeigen möchte. Aber, ich gehe jetzt hier erstmal weiter. Ähm, sicher, dass er hier ist, alter Jenkins? Ja, da ist ein Rüben im Wald. Was macht Sonic denn nachts im Wald? Hä? Aber, wir gehen mal reingucken. Leute, ich habe ein ungutes Gefühl. Hallo? Nee, hier ist nichts. Ich habe nicht nur ein ungutes Gefühl. Ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Das Gefühl war super duper. Was geht denn hier ab? Alter, Tails, Tails. Ja, 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 ja. Aufstehen. Du meine Güte. Blut. Blut. Tails, du bewegst dich aber noch. Ey, lebst du noch? Hallo? Hilfe. Tails, bitte. Tails, bitte. Aufstehen. Aufstehen. Ey. Ich muss Wasser nehmen. In sein Gesicht werfen. Oh, blatsch, 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 blatsch. Bist du wach? Hallo? Ich rette Sonic. Sonic ist hier im Wald. Es ist ja der Rote. Der Rote? Was? Was? Habt ihr gehört? Was in den letzten Worte waren? Der Rote. Und Sonic ist im Wald. Was? Ist Sonic der Böse? Nein, Sonic ist auch nicht böse. Sonic ist gut. Habt ihr den Film geguckt? Sonic ist gut, Leute. Aber, was will uns Tails hier sagen? Und warum ist hier überall Blut? Yo, 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 Afro. Kannst du mir sagen, was hier los ist, Tails? Okay, er spricht nicht mehr. Schäfchen, Mäfchen, hast du gesehen, was hier abgeht? Sprich zu mir! Oh Gott, die reden nicht. Schade, dass ein... Ah, ey, weiß mich nicht. Schade, dass der Schäfchen hier nicht helfen möchte. Ja, und jetzt können wir hier einfach weitersuchen, oder was? Da! Da leuchtet etwas rot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben es gefunden, Leute. Da leuchtet etwas rot. Leute! Jetzt ist es soweit. Seid ihr bereit? Gebt dem Video einen Like. Schaf. Psst, bitte verpetz mich nicht. Bitte verpetz mich nicht, Schaf. Psst, da vorne ist was Rotes. Kannst du bitte ruhig sein? Bitte, bitte, bitte. Oh Gott, der ist laut. Okay, wer ist denn da? Okay, da vorne. Da ist etwas. Alter. Was ist das? Hallo? Wer ist da? Was genau ist da? Und? Ah! Yo. Was? Was ist das? Was hat das hier zu suchen? Eine Rüstung. Oh Gott, und ich dachte schon, da steht jemand. Oh Gott, was ein Glück. Puh. Moment mal. Wer hat die Rüstung hier aufgestellt? Oh Gott. Äh, Redstone? Okay, die ziehen wir einfach an. Zack. Und zack. Yo. Das ist aber eine coole Rüstung. Ich ziehe mal den Helm aus. Ich finde es cooler ohne Helm. Äh. Uh. Das sieht aus wie ein Pentagramm, Leute. Aber es ist, glaube ich, keins, oder? Wenn ich so mache. Ui, ui, ui. Das sieht so aus, als ob man niemanden beschwören könnte. Okay, wir müssen jetzt weiter Sonic suchen. Wir haben gerade Tails gefunden. Tails hat gesagt, Sonic ist hier irgendwo. Und der Rote hat ihm das angetan. Wer ist der Rote? Ich bin jetzt gerade rot. Aber wir, die denken, ich bin es. Ich war es nämlich nicht. Ich bin unschuldig. Wartet mal. Ich nehme jetzt hier so einen Torchlight mit. Das helle Licht. Das helle Licht. Das Licht, was so hell ist. Ist das helle Licht. Hier. Ist hier was? Hier ist gar nichts. Hm. Wo soll denn Sonic hier sein, Leute? Wie sollen wir ihn finden? Wenn wir hier die ganze... Was ist das denn? Jo, was ist das? Seht ihr das? Da drüben ist ja irgendwas. XXL. Oh, nur ein Huhn. Aber da drüben ist auf jeden Fall etwas Blaues. Ey. Wer hat das da hingestellt? Wir müssen mal gucken gehen. Was macht das hier in Minecraft? Wie komisch. Okay, wir gucken hoch. Wer hat das... Oh. Das ist ein Sonic. Sonic aber durchgestrichen. Da mag wohl jemand den neuen Sonic-Film nicht. Wer könnte das gewesen sein? Sonic? Sonic? Sonic! 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 Bist du hier? 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 Hallo? 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 Icky ist cool. Icky ist cool. Icky ist cool. Oh Mann. Schade Marmelade. Aber jemand hat hier auf jeden Fall Sonic aufgehangen und durchgestrichen. Da drüben habe ich es gefunden. Das Geheimversteck. Von dem roten Baron oder wer auch immer. Wo sind wir hier? Oh mein Gott, da ist ein rotes Haus. Seht ihr das? Das sind Ziegelsteine. Ich gehe da jetzt hin und schaue, was wir da haben. Was macht denn sowas hier in Minecraft? Wie merkwürdig. Wer hat das hier gebaut? Knuckles Haus. Knuckles ist doch der aus Sonic. Und was macht er jetzt hier? Können wir reingucken? Oh, da sind Sachen drin. Oh, da ist wieder was. Klopf, klopf, klopf. Knuckles, bist du im Haus? Wartet mal. Ich nehme mal dieses Stück Sand. Und baue mich mal hier hoch. So. Sieht schön hier aus. Ein Haus am Strand. So, und dann gucken wir mal. Zack. Und jetzt gucken wir mal. Hier ist niemand. Ne. Das wird nichts. Das wird nichts. Getrollt wird nicht. Jetzt gucken wir mal. Oh, wir sind hier in einem Haus. Hier wohnt jemand. Der Rote wohnt hier bestimmt. Guckt mal, was er hier getan hat. Der hat Sonic aufgehangen. Den blauen Igel. Und hat den rot durchgestrichen. Mit der roten Farbe. Wer könnte hier drinne wohnen? Oh Gott. Nein, nein, nein. Ich will nicht schlafen. Aufstehen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hier darf ich nicht einschlafen. Wenn ich hier einschlafe und der nach Hause kommt. Dann war es das mit mir. Der würde mit mir dasselbe machen, was er auch mit Tails gemacht hat. Und das wollen wir ja nicht. Ist hier jemand? Hallo? Dieser verfluchte Sonic. Hä? Hier brüllt jemand. Pst, pst, pst. Wir können ihm zuhören. Immer kriegt er die Filme. Ich will auch mal einen Film haben. Ah, da ist jemand eifersüchtig. Auf Sonic, den neuen Film. Uh, was ist das denn hier? Immer kriegt Sonic die Filme. Wann kriege ich endlich meine Show? Ich werde einfach alle umbringen. Dann bekomme ich meinen eigenen Kinofilm. Ha, 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 ha. Wer war das? Hallo? Hey, verschwinde hier. Du, das sind meine hier. Beweise. Hau ab. Oh mein Gott. Knuckles. Du hast es Tails angetan. Du willst Sonic vernichten, damit du im Rampenlicht stehst. Habe ich recht? Na und? Er kriegt alle Filme. Jetzt bin ich auch mal dran. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Okay, wir kämpfen jetzt. Komm her. On guard. Hä? Du willst gegen mich kämpfen? Oh Gott, ist der stark. Den kann ich nicht besiegen. Oh Gott, ich muss abhauen. Ich muss abhauen. Ich muss abhauen. Leute, das wird so nix. Der ist viel zu stark. Ha, ha, ha. Ich bin ja auch Knuckles. Oh nein, Schwert kannst du mich nicht besiegen. Ha, 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 ha. Ich habe alle Diamanten in der Stadt verbraucht. Jetzt gibt es keine mehr. Oh mein Gott. Hilfe. Ich verstecke mich im Knuckles Haus. Ha, das ist mein Haus. Ich verstecke mich hier selber drinnen. Und. Tada. Komm raus, Icky. Na los. Nö, ich bleibe hier drinnen. Oh Gott, Leute. Er will es wissen. Ist die Luft rein? Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Ah, lass mich in Ruhe. Oh Gott, wir müssen abhauen. Alter Jenkins. Oh. Ich hau hier ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Oh. Ich hau einfach ab. Ich hau einfach ab. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Hier lang. Hier lang. Und. Und. Schneller. Schnell weg hier. Alter Jenkins. Tails. Ich habe ihn gefunden. Aber er ist viel zu stark. Es tut mir leid. Ich kann ihn nicht besiegen. Und. Alter Jenkins. Alter Jenkins. Hilfe. 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 Alter Jenkins. Sonic ist da drüben irgendwo gefangen. Und Knuckles hält ihn gefangen. Was soll ich tun? Äh. Ganz einfach. Geh in dieses Grab hier. In das Grab? Da soll ich jetzt reingucken? Ja. Das ist ein XXL Grab. Wenn du reinguckst, dann wirst du endlich das Geheimnis herausfinden. Das Geheimnis also. Oh Junge. Leute. Leute. Wenn ihr das Geheimnis herausfinden wollt, was Sonic und Knuckles da drüben machen, dann schaut das Video morgen. Morgen um 13 bis 14 Uhr kommt das nächste Video. Und ich würde sagen, das war es mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. 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 Tschüssi.